Mosa Leute, das ist ein freudiger Empfang hier im Jahre 2013, meine erste Aufnahmesession überhaupt im Jahre 2013. Ach, ja, ja, ja. Ähm, bevor ich weitergehe, es steht heute in meiner Aufnahmesession hier, der Endboss an, das ist geplant, wir wollen dieses Projekt jetzt endlich beenden. Und bevor ich das mache, ich hab grad einen interessanten Kommentar zu Dark Souls, ähm, Part 97 erhalten, den lese ich grad mal. Als ich den DLC zum ersten Mal gespielt hab, war ich ziemlich enttäuscht über den Mausoleumswächter. Beim ersten Versuch lag er nach weniger als einer Minute am Boden. Und die weiteren Endbosse empfand er als ähnlich, ähm, enttäuschend. Die einzige Herausforderung ist und bleibt der Endboss. Warum ich das vorlese? Weil wir gerade an den Endboss gehen werden. Faun, ähm, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen hab. Die Zahlen sag ich jetzt nicht, weil ich hab jetzt wieder meinen Playstation-Bildschirm aktiv. Ich, ähm, hoffe, ich kann nicht beim Wort nehmen, dass, äh, der Endboss eine sehr große Herausforderung wird. Aber andererseits, wie, wie, mit welcher Ausrüstung schafft man es, diese Bosse, die wir in den letzten Parts hier erleben durften, mit einer, äh, in weniger als einer Minute zu erledigen? Ich, äh, nein, ich versteh das nicht ganz. Muss man da irgendeine Ausrüstung für haben oder so? Ich meine, ich hab ein ziemlich hohes Level, finde ich. Also ich kann nicht, äh, ich weiß nicht, wie dat möglich ist. Tut mir leid. Naja, auf jeden Fall, warum ich den Kommentar vorgelesen hab, war in erster Linie wirklich, um anzumerken, dass jemand den Endboss als größere Herausforderung als die DLC-Bosse bezeichnet. Und dem will ich jetzt auf den Zahn fühlen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Dementsprechend würde ich mal sagen, gehen wir weiter in diesem Let's To The Side in der wahrscheinlich letzten Aufnahmesession. Dann, schreiten wir voran. Hier ist der Feuerbandschrein. Und dann gucken wir mal, wir müssen zur Schlange. Da schläft die. Hey, aufwachen! Wie sprichst du, ohne deinen Lippen zu bewegen? Wie machst du dat? Ich bin glücklich, dich gut zu sehen. Ist es etwas urgentes? Ja. Äh, ich kann mich mit Brocken füttern und so weiter und mit ihm reden und so weiter. Ähm, was wollen wir? Sehr gut. Dann, bleib' noch einen Moment. Hieß das schon immer teleportieren? Hieß das nicht irgendwie reisen? Äh, nach unten hinab? Oder so? Ich dachte es. Ähm, ja, spiel... Äh, aha, genau. Ja. Keine Ahnung, ob ich meine Geräusche an dieser Stelle rausschneiden werde oder ob ich sie drinnen lassen werde. Vielleicht werde ich auch eins rausschneiden und das andere drinnen lassen. Oder umgekehrt. Wer weiß. Wir haben auf jeden Fall erstmal die Tiefen erreicht, wo unser Let's Suicide wahrscheinlich enden wird. Ich weiß ja nicht, inwiefern man hier nochmal rauskommt. Und auf jeden Fall haben wir hier das Herrschergefäß, wo wir die ganzen Seelen darbieten werden. Die Fürstenseelen. Und das machen wir jetzt erstmalig. Also los. Erster, äh, Herrschergefäß, Seelen darbieten. Erster, äh, Herrschergefäß, Seelen darbieten. Okay. 15 Estes haben wir. Ich glaube, das Ding kann man noch, ähm... Nee. Das Ding kann man nicht verste... 20 Estes? Oh. 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 Vergiss es. Vergiss es. Aber haben wir nicht eben daran gerastet? Egal. Vielleicht wegen der, äh, Fürstenseelen, die wir da geboten haben. Ist das jetzt ein schwarzer Retter? Der existiert nicht. Okay. Ah. Hi. Ofen der ersten Flamme. Okay. In diesem Ofen steigen wir gleich hinab. Ich muss nur noch gerade mal gucken, weil ich so komische Geräusche höre, von wegen, äh, Aufnahme beendet. Aber nein. Passt alles. So. Okay. Denn diese Momente will ich mir jetzt nicht durch irgendwelche Aufnahmeschnitzer ruinieren lassen. Na? Grabber? Du weißt es ja. Du hast bei Dark Souls Part 7 das allererste Mal in deinem Leben rumgespackt neben dem Mikro. Äh, äh, ja, dass der Grabber lebt. Und bitte gewähre mir das Projekt wenigstens, wenn es schon so schändlich angefangen hat, es wenigstens glorreich zu Ende zu führen. Mit einer letzten gelungenen, ununterbrochenen Aufnahmesession. Ich muss ja sagen, im Gegensatz zum Anfang dieses Let's Suicides ist der Grabber ja am Ende ziemlich gnädig gewesen. Und wir haben hier schwarze Ritter. Da. Verbrüben wir dich. Okay. So wie ich das sehe, wenn wir hier kein Leuchtfeuer haben, müssen wir sowieso immer mal wieder gegen die kämpfen, um gegen den letzten Endboss anzutreten, wenn er denn kurz nach diesem Gebiet käme. Kann natürlich sein, dass wir noch 30 Parts brauchen. Aber soweit ich weiß, soll die letzte Gegend nicht groß gewesen sein. Das allerdings habe ich mich nicht sehr spornern lassen. Na, schwarzer Ritter Großschwert und grauer Brocken. Ich wurde nur vorgewarnt, dass ich mir nicht zu viel von diesem Ofen erwarten soll. in dem wir jetzt drin stecken. Also nicht zu viel an Länge halt. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich damit meine. Dass der Endboss wohl ziemlich schnell kommen soll. Aber, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut man mit den Gegnern dazwischendrin fertig wird. Und ich glaube, wir können mit diesen guten, äh, mit diesen guten, nein, mit diesen bösen Gegnern zwischendrin ganz gut fertig werden eigentlich. Denn wir haben gerade das DLC hinter uns und entsprechende Level-Ups schon wieder. Hey, wow. Das ist ein Riesenschwert, was er hat. Einen Schlag verpassen wir ihn noch. Der ist ziemlich langsam damit. Ich glaube, wir sollten kaum Probleme gegen ihn haben. Denn Schildbash kann uns noch ein bisschen aus der Fassung... Ne, sein Schildbash ist langsam. Ich dachte jetzt so Silberritter-Schildbash-mäßig, von wegen, äh, fast die ganze Ausdauer und wird so schnell ausgeführt wie sonst was. Roter Brocken. Wir erhalten auf jeden Fall sehr viele Materialien von den schwarzen Rittern. Die sind definitiv gäbefreundlicher als die Silberritter. Obwohl ich nicht mal den Schlangring, äh, angewählt habe, der mir Materialien gibt, wenn... Also, äh, vorzüglich Gegner Sachen droppen lässt. Das meine ich. Äh, den Talisman brauchen wir gar nicht mehr. Wir legen den ab. Und ansonsten... Ring wollte ich gucken. Havels Ring. Ich behalte den mal. Äh, nein. Tue ich nicht. Weil Agilität gibt er mir bloß bei gewissen Rüstungswerten, die ich nicht einhalten kann, wenn ich die, äh, wenn ich... Nicht den Helm des Vaters habe, glaube ich. Oder doch? Egal, ich versuche es jetzt mit dem Hartstallring, der meine Verteidigung schützt. Oder war... Ne, das war der Hornissenring mit den kritischen Treffern. Genau, genau. Da kommt man leicht durcheinander. Wenn man das Spiel so selten spielt wie ich. Wenn man bloß alle paar Jahre mal eine Aufnahmesession macht. Alle paar Jahre, alle paar Tage, Monate, Wochen halt. Einmal in der Woche maximal. Wenn nicht sogar die letzte ist jetzt... Äh, doch eine Woche her. Doch eine Woche her. Aber das war nicht eine direkte Aufnahmesession. Da habe ich nachsynchronisiert, wie ich gegen Menace gekämpft habe. Da habe ich zwar einen Part aufgenommen, aber an sich war das nicht viel. Das hier ist übrigens, so viel kann ich auf jeden Fall sagen, der viertletzte Part des Let's Suicides. Tschüss. Weil, egal wie lange der Endboss geht, ich werde bloß so viele Parts machen, denn dann sind wir nämlich beim 20. Januar und dann will ich das Projekt abgeschlossen haben. Das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich den 16. Januar haben müsstet, wo ihr das seht. Okay, wir erhalten die Schwarzritterrüstung. Toll. Am Ende des Spiels. Ich fand die Rüstung auf dem Cover so geil. Ich wollte die am liebsten am Anfang haben und dann erhält man die wirklich als allerletzte am Ende. Oder wie sehe ich das? Wow. Nun gut. Ähm. Ja, 16. Januar müsstet ihr jetzt haben. Wir haben zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, den 3. Januar 2013. Immerhin trotzdem die erste Aufnahmesession in 2013. Also das Debüt. Das Let's Play Debüt 2013. Und da unten scheinen wir schon eine Nebelwand zu haben. Ähm, okay, das ist wirklich nicht groß. Wenn das denn der Boss ist, könnte natürlich sein, dass das eine traditionelle Gebietsnebelwand ist, wie wir sie allzu oft hatten. Oder irgendwelche Zwischenbosse, wie sie auch in der Lavagegend nicht selten anzutreffen waren. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Und dann zählt der Erfahrungsbericht. Wenn das so ist, hoffe ich allerdings auf ein Leuchtfeuer dazwischen. Weil ich nicht allzu viel neu machen möchte. Wenn ich beim Endboss versage. Versteht sich. Wir haben jetzt schon mal eine Estes-Benutzung verbraten. Auf jeden Fall. Wow. Ist er da nochmal ein zweites Mal rumreißt? Wusste ich nicht. Das ist der erste mit Axt, den ich bekämpfe, oder? Vielleicht sogar der erste Axt-Gegner überhaupt. Äh, neben irgendwelchen Glockengargoles und so. Meine ich. Hält auf jeden Fall einiges aus der Gute. Dreimal Rücken stechen. Und noch ein paar Angriffe nebenbei. Weißer Brocke erhalten wir. Ja, jetzt liegt er aber. Da hinten ist aber schon der Nächste. Der hat eine Lanze. Und die Lanze Lotz kennen wir ja. Ja, die kämpft wie ein Silberritter in Anor Londo. Der ist schon ein bisschen schneller. Wie er mit dem Schild schlägt, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall bloß nicht von ihm getroffen werden. Okay. Der hat einen Spezialangriff. Zum Glück hatte ich meine Abwehr in dem Zeitpunkt schon aktiv. Sonst hätte das böse ausgehen können. Ungefähr so geht das aber. Sie lassen alle was fallen. Blauer Brocken. Jeder lässt irgendwas fallen. Hauptsache. Gut. Wir haben nicht allzu viel verloren. Aber für den Fall, dass jetzt wirklich der allerletzte Endboss kommt. Weil ich hier nicht sehe, wie es sonst weitergehen soll. Nehme ich ein Estes. Und wir haben immer noch die 5-Menschlichkeit von Manus aktiv, wie ihr seht. Okay. Ich gucke gerade nochmal schnell, ob die Aufnahme läuft. Sicherheit geht vor. So. Läuft. Circa 10 Minuten. Oh. Hör ich da was? Achso. Das ist draußen ein Hund. Ah. Ich dachte, jetzt wäre jemand nach Hause gekommen. Durch Nebel schreiten. Let's stand, Boss. Wirklich. Asche für Skwin. Okay. Ich mache ihm um einiges mehr Schaden als normalen Bossen. Im DLC. So viel steht schon mal fest an diesem Punkt. Keine Ahnung, ob er jetzt so viel Schaden macht. Bis jetzt sah es noch ganz human aus eigentlich. Okay. So. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand und nehme Estes. Das hat er mir ein bisschen verwehrt. Und. Bitte weg. Jetzt nehme ich Estes. Wir müssen auch bedenken. Wow. Dass ich Menschlichkeit aktiv hatte, als ich gegen ihn gekämpft habe jetzt. Okay. Zu unterschätzen ist er nicht. Aber er ist doch ein relativ normaler Gegner. Ich dachte, der würde Blitze schleudern, wie im Anfangsvideo. Vielleicht macht er das auch noch. Manus hatte auch neue Attacken, die er gemacht hat, als er in die zweite Phase kam. Als er die Hälfte seines Lebens verloren hat. Und wir werden jetzt weniger Schaden machen, weil ich die Menschlichkeit nicht mehr da habe. Aber wir werden auch schnell zu Grin schreiten. Wir haben schon mal den ersten Eindruck. Wir können, glaube ich, durchkommen, ohne irgendwie Estes zu verbrauchen. Und dementsprechend, würde ich sagen, steht dem der Vermutung, dass das einer der vier letzten Parts ist, wahrscheinlich nichts im Wege. Weil so viel Schaden, wie ich dem mache, muss ich jetzt eigentlich nur noch sein Angriffsmuster kurz rauskriegen. Und dann war's das. Nee. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem. Ich weiß nicht, was Fael für eine Version des Spiels hatte. Aber so, wie das für mich aussieht, ist der Endboss nicht unbedingt der forderndste. Ich mache ihm zumindest schon mal mehr Schaden als Menace und Calamite und dem Mausoleumswächter und Artorias. Jeder Gegner im DLC hatte mehr Schaden, äh, weniger Schaden durch mich bekommen, als der jetzt. Wow, der hat gerade meine ganze Ausdauer gesprengt mit einem Schlag. Dieses Schwert ist wirklich heftig. Die rangen mir alle hinterher. Okay, ich sehe auf jeden Fall ein großes Problem, auf mich zu kommen, was das Umrennen, also Wegrennen vor diesen Gegnern angeht. Denn sie haben wirklich eine Geschwindigkeit drauf. Die muss man beachten. So, sind nicht solche langsamen wie im Mausoleumsgarten. Okay, okay. Dann bin ich falsch gelaufen. Ich kriege gerade ein kleines Problem, aber der läuft zurück. Den anderen konnte ich umrennen. So, und dann ist der hier auch weg. Aha, sehe ich da eine Taktik, weil der steht doch immer auf diesem schmalen Stück. Und ich habe mich eben schon gefragt, wie um Himmels Willen soll ich dem bloß umrennen? Naja, so viel dazu. Er kommt näher, er kommt näher. Dann ist der mit der Axt und dann der mit der Lanze. Okay, ich sehe den mit der Lanze nicht. Nicht gut. Doch gut. Jedenfalls gut genug. Es hat geklappt. Ohne Schaden durch. Jedenfalls gut genug. Vielen Dank.